Das ist, das ist davor. Du morgst davor. Das ist natürlich ein Orchester. Das hat viele Leute, der macht da nichts, überhinten Bläser. Wenn das Bläser gibt, gibt es auch Streichboden. Das Leisglot spielt eine Haare. Wenn du darfst, wenn du aufgehst. Das Leisglot spielt eine Haare. Was ist das Ganze? Das ist ein Schlagzeug. Das ist ein Schlagzeug. Das ist ein Schlagzeug. Das ist ein Schlagzeug. Und das ist ein Schlagzeug. Das ist ein Schlagzeug. Das ist ein Schlagzeug. Jetzt geht es um Mr. Four. Mr. Four Superhine in der Musik irgendeiner Art. Verschärbt. Schärbt man ihn. wo man einfach sichert was in seiner Sicht, sucht ein Element, was da klingt und wünscht es eben immer von 1 bis 4. Bei diesem Seelen kann man ganz unterschiedliche Interviewe, das werden wir jetzt die Sachen ausprobieren. Die ersten, die wir uns nehmen, werden unsere Partner sein. Die geben uns einfach nur vor, die hören zu, die Seelen einfach finden, die Gemeinsamen, ich zeige euch, wie es geht. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Dann haben wir als nächstes, was nehmen wir jetzt? Man kann nämlich zum Beispiel doppelt so langsam zählen. Trotzdem wird es funktionieren. Das wird es. Und haben wir zum Psylophon verfügt, doppelt so langsam zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Wieder geschlagen. Eins, zwei, drei. Die Eins wieder laufen. Eins, sechs. Wunderbar. Dankeschön, Psylophon und Klammfeller. Jetzt haben wir die Möglichkeit, es vorverwachsen werden zu lassen. Jetzt werden die Zähne den ganzen Takten. Das heißt, bis davor, wie der Name schon sagt, dauert jetzt vier Takte. Und wir tun das zusammen mit den Holzbläser. Eins, zwei. Sehr gut. Sehr gut. Und die Eins wieder laufen. Sehr gut, war das. Wir sind als nächster dran. Das ist nur die Streicher. Jetzt sehen wir mit den Streichern, der Streicher, die jetzt wirklich bis zum Tüten vor schon langsam losfällt. Ihr werdet merken, wie lange es nur eine Eins zur nächsten Dauer hat. Aber was wir erhoffen werden, ist, dass die Streicher euch in einer Spiegelhäste ein bisschen helfen. Sie werden nämlich nur das, wo ihr zählt, mit den Bogen streichen. Und bei den Tüten, die sie spielpositiv zu zählen, haben wir jetzt die Bogen ausgeteilt. Jetzt die Bogen ausgeteilt. Hör mal noch die Eins. Hör mal noch die Eins. Hör mal noch die Eins. Hier käme erstmal eine Zwei. So langsam wieder. Helfen wir jetzt schnell mit, dass wir das gemeinsam machen können. Richtig schön durcheinander. Das Ergebnis wird sein. Das ist eine Überraschung. Unser Michael Hammond sollte nachher mit diesen zwei Decken da aneinander schlagen. Und obwohl ihr hier in einem anderen Tempo zählt, werdet ihr merken, dass ihr in dem Moment ungeschlägt habt. Wenn ihr es hingekommen habt, alle sind keine Eins. Ihr seid wie vor die Sauberhand. Und müsst ihr vorne dafür sorgen, dass das zu funktionieren. Wir können jetzt ganz schnell die anderen ein bisschen in die verschiedene Kuppe aufpassen. Hier nach oben links. Ihr zählt mit den Hörnern. Migma, wir zählen mit den Hörnern. Hohen links. Wunderbar. Das sind die Hörner. Ihr zählt mit den beiden Hörnern. Die Zunge und die Zunge. Das sind genau. Migma. Wunderbar. Mit den Kuppeln. Ihr seid mit den Holzbläsern. Wer ist mit den Holzbläsern? Ein oder zwei. Mit ihr seid, mit denen könnt ihr noch sein? Mit den Streitern. Wunderbar. Das heißt, wir gehen vor. Jetzt braucht ihr noch eine große Gruppe. Das heißt, ihr da oben. Ihr zählt. Das heißt, ihr hinten mit dem Schlagbläger, mit dem blauen und nicht mehr Leute zählt. Und wir werden von der ganzen Zeit nur einmal von eins bis vier gezählt haben. Okay. Sind wir soweit? Das ist das Schaden. Ja? Das ist das Schaden. Ja? Musik 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 Und jetzt kommt ihr an und da weiter in Achtung! Musik Okay, das war Mist, aber wir können die ganze Arbeit versuchen zu werden. Vielen Dank.